Willst du dein Herz mir schwenken, so lange es heilig war, dass unser Beide denken, nie unterraten kann. Die Liebe muss bei beiden Allzeit verschwunden sein. Drum schließ die größte Freude in deinem Herzen ein. Kontinuum habe ich im Sommer 2014 gegründet. Meine Intention ist es, Instrumentalisten und Sänger und barocke und zeitgenössische Musik in einem gemeinsamen Ensemble miteinander zu verbinden. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, die Grenzen des traditionellen Konzertbetriebes durch innovative Konzertformate zu erweitern, damit die Musik an Darstellungskraft gewinnt und in ihrer Aussage verstärkt wird. Musik Die Musiker kommen aus ganz Europa, besonders aber aus Basel und aus Berlin. Und ich denke, dass diese Kombination aus Basler Wissen und der Berliner Spiel und Experimentierfreude ganz fantastisch ist. Musik 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 Musik